Ich glaube, es muss ja immer nicht der Anfang sein, dass man sagt, ich muss gleich die ganze Schule komplett technisch ausstatten mit allem, sondern irgendwo erst mal, wie gesagt, ein, zwei Räume machen, den Startschuss geben, üben und auch die Erfahrung sammeln. Weil ich glaube, die Schulen haben natürlich vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht von früher, es gab gewisse Boards, die eingesetzt worden sind, aber es nutzt sie dann keiner.